Hey Leute, was geht noch ruhig und willkommen hier zum nächsten Gewinnspiel auf meinem Kanal. Leute, der 30.12. ist angesagt hier. Morgen Silvester und natürlich morgen. Am morgigen Tag gibt es auch noch mal was zu gewinnen, Leute. Ihr habt bei den ganzen Gewinnspielen, die ihr jetzt auf meinem Kanal gesehen habt in den letzten Tagen Zeit bis am 31.12. bis um 0 Uhr zu kommentieren. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr natürlich bei der Verlosung dabei, beim Gewinnspiel dabei und am 01.01.2018, also am ersten Tag des neuen Jahres, werde ich um 18 Uhr ein Auflösungsvideo hochladen, wo ich alle Gewinner, alle Gewinner veröffentlichen werde. Und vielleicht bist du ja mit etwas Glück der glückliche Gewinner hier, Leute. Ich werde heute wieder ein paar Karten verlosen. Heute gibt es mal fünf Karten. Es sind wieder Match-Text-Karten, weil ich die einfach, ich denke mal, die sammeln am meisten hier auf meinem Kanal. Deswegen verlose ich auch am häufigsten hier Match-Text-Karten. Ibiza-Olic, Legende. Jetzt einmal diese Karte. Dann Robert Lewandowski, Torjäger. Zwei Match-Matter-Karten kommen auch noch dazu. Joshua Kimmich, Match-Minner. Habe ich gehört, ist etwas seltener als die anderen Match-Matter-Karten. Kann das sein? Ich habe sie auf jeden Fall gehabt hier. Torgan Hazard, Match-Matter, mit meiner Unterschrift drauf. Backslung, Leute. Und natürlich, Leute, als Highlight ist ja klar, Leute, gibt es nochmal eine Club 100-Karte. Bam! Leute, wieder eine Club 100-Karte. Welcher YouTuber macht das schon? Zeig mir einen her. Keiner, oder? Leute, das war es auf jeden Fall von mir. Ihr müsst das Video liken. Ihr müsst das Video kommentieren. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Und am geilsten und am besten wäre es noch, das Video zu teilen. Äh, ja. Ben Masterful hat mir gesagt, er macht auch Gewinnspiele. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Wenn nicht, könnt ihr einfach auf Ben Masterfuls Kanal gehen. Und vielleicht sind ja Gewinnspiele online. Ich weiß nicht, ob Ben Masterful das wirklich macht. Oder ob das ein Scherz war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, er macht vielleicht auch Gewinnspiele. Also, Leute, wenn Ben Masterfuls Gewinnspiel online ist, ist der Link unten in der Videobeschreibung. Wenn nicht, dann leider nicht. Aber am geilsten wäre es natürlich, wenn Ben Masterful ein Gewinnspiel gemacht haben sollte, macht einfach bei meinem mit. Macht bei Bens mit. Das ist ja der Sinn der Sache, ne? Hier Preise abzuräumen, Leute. Und vielleicht bist du ja der glückliche Gewinner, Lukas. Oder, ähm, Bernd. Oder, Gustav. Oder, jetzt fallen mir keine Namen mehr ein, Leute. Das war's auf jeden Fall von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Und tschüssi. Outro 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 Outro